Was in diesem Video passieren wird That's the baby! WAAAHHHHHHHHHHHHH Hey, weeeey Ah, er war auch hier Bei den Bad Jans Erste Stehtes so Capture Titel Aber okay Oh! Was ist das hier? Ist es geil! Pfff Nice trip Ich will das mal seh- Oh mein Gott Was ist das für ein Liner? Na, FIBO ist neue Meta Chat FIBO ist die neue Meta Ich will das mal sehen bei dir, weil du- AHAHA Na, der shit is not Das ist nicht richtig Das ist nicht richtig Das ist nicht richtig Das ist nicht richtig Ho-Scarer Durch die Nase rein Wer ist das? Ist das Asemanina? Und durch den Wieder aus Zählt das als Onlyfans? Jo, was geht ab, Leute und jetzt? Willkommen zu einem Video Ich trage heute Bauch Dulelelelelelelele Es geht wieder ab, FIBO ist am Start Die geilsten Körper der ganzen Welt sind wieder am Start Und das sind schon zwei Frauen Mit denen man sich lieber nicht anlegt Wir checken heute ab, was die Workout-Routine von den ganzen schönen Frauen ist Weil es ist ja genau so, als es für die, dass es sein will Ja! Wie ist die Lage? Ja, anstrengend Anstrengend Ja! Das Video ist zu laut, Mike zu leise Sag mal! Was sagst du zum Barcour? Cool, aber wirklich sehr anstrengend Willst du später zur Bundeswehr gehen? Was spricht dafür? Was dagegen? Man hilft halt Leuten Dagegen spricht, dass es anstrengend Viele geile A**chen Viele geile Körper Man sieht dein kle- What the f**k Pipi Langstrumpf bei der FIBO Ah, der ist cool, Bro Was ist das denn? Dein Sch*****, Digga! Halt die Gosh, der ist im falschen Zustand Mit Mullet noch! Der wird noch groß Wir sind auf der Suche immer am schönsten Halt die Gosh Po, Digga! Okay, wie letztes Jahr, oder war? Ja, 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 ja Wow! Neue Areale, guck mal! Hier! Das Testosteron! Ah! Ah! Muskelkraft! Männer! Männerschweiß! Oh! Ah! 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 Also Fitness-Toiletten, Digga! Oh, Digga! Dieser Protein-Shiss! Leck's mir morsch! Ist der... Protein-Shiss? Protein-Shiss normal bei Bodybuildern Bei dir vielleicht schon Boom! Aber ich bin ja gar kein Bodybuilder Ja, warum fragst du denn dann? Hab sie schon was? Solche... Die ist... BAM! Ein Stick in den Shiss gab! Oh mein Gott! Was fragt er die Baddies? Ja, aber schlechte Protein-Pol, weil es manchmal eklig ist Ganz genau! Weiter mal! Der Strik, äh... Fibo-Meister gewollt! 110 Kilo! Kannst du mich auch curlen? Oh ja! Oh! Ist das geil! Was kannst du mir noch für Tipps geben, damit ich noch stärker werde? Ich steige auf das andere Kreatin um, weil du weißt, was ich mein Illegalen Substanzen, was gibts da? Illegal! Der ist so capped, dass er sich nicht auskennt mit illegalen Substanzen, was dein Körper verändert. Der kennt sich selbst damit aus. Wenn er natural ist, der sagt er ist natural, er schwört er ist natural, okay, glauben wir ihm. Aber auskennen tut er sich. Auskennen tut er sich. Könnte ich sie als Kamerafrau abwerben? Sorry, we only speaking English. Can I have you on my camera? Kommen da Baddies aus dem Ausland? Ah, weil die zu hinten ist das einfachste Chat, weil die haben hier keinen Ruf zu verlieren. Weil, die haben hier keinen Ruf zu verlieren. Ja? Sorry, ja, ja. Ja! Wie viel pro Stunde für dich zu filmen? Ich bin frei, also ist es einfach. Ja! Du bist flirty, oder? Bin ich? Nein! Das ist mir unangenehm. Es ist schwierig zu sprechen zu einer Frau wie du. Warum kackt der? Sorklin, du bist so hau. Ich bin. Du denkst, ich bin hau. Ich hab mit deiner Frau geredet. Nö. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Meta bei der FIBO? Du bist ja surrounded von Baddies. Also ich muss sagen, ich bin wirklich deine Größe, also wirklich größte, größte Fan. So groß bist du doch gar nicht. Bitte bleib so wie du bist. Und egal was die Hater sagen, mach weiter, okay? Ehrlich. Du machst so tolle Videos. Entschuldigung. Oh mein Gott. Entschuldigung. Wie oft trainieren Sie denn in der Woche, um sowas zu ergattern? Ich muss gerade überlegen. Fünfmal. Fünfmal? Ist da auch mal was reingespritzt worden? Wo kann ich mich anmelden? Na, ey Chat. Wenn ihr jetzt eine Freundin habt, macht Schluss. Einen Tag vor FIBO, holt euch hier eine neue Freundin, weil das ist crazy. Nächstes Jahr FIBO mit Bachelor Lowkey. Ey Chat. Markt im Kalender. Bachelor, Bescheid geben, wann nächste FIBO ist. Ich muss bei der nächsten FIBO am Start sein. Damn, ist das krass. Wie viel kostet FIBO Ticket? Oh you're a f***, bro. FIBO? Einmal FIBO gehen, ist wie 20 mal in den krassen Clubs gehen. Nein. Nein. Stopp. Nee, ich mein, äh, Eigenfett. Willst du mal flexen für uns? Rücken. Ja, Rücken. Oh, warum muss ich jetzt verkacken, Digga, mit dem Gym-Shit? Ah, Gym-Leute sind wirklich Cook, Bro. Warum können die nicht einfach die selbst sein und einfach gut aussehen? Warum müssen die vom Gym gut aussehen und dann deren Charakter ficken mit Gym? Dein Charakter ist nicht, Gym. Du musst nicht deinen Rücken flexen. Den Rücken, den Rücken. Hier ist kein Licht. Doch, hier ist gutes Licht. Ohoho, warum kackt's hier rein? Da ist der Rücken. Hell no. Jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Hier oben, hier oben. Guck mal, man verdeckt ihren Rücken und es ist einfach schönes Leben. Man verdeckt die Ass und es ist nicht mehr schönes Leben. Oben. Nicht oben, Junge. Ja. Ich hab mal ne Frage. Gibt es einen Tipp gegen Stinken dafür? Was ist das hier ein ***? Weil das Proteinpulver lässt doch einen immer so knattern, weißt du? Ich hab noch keinen gefunden. Vielleicht kannst du Deo dahin. Hast du noch keinen gefunden? Nein. Also stinken die immer noch. Ja. Meinst du, welche Sorte? Ja. Keine Ahnung. Pineapple, Kiwi, trainierst du auch? Brust? Ja. Ja, tu ich. Hi. Hallo, hast du einen Freund? Turn around. Turn around real quick. Turn around for the chat real quick. Warum denn nicht? Bitte turn around. Gute Frage. Nein, Spaß. Ich hab nen Freund. Ja, was ist das denn? Hast du Rücken trainiert? Ja. 10 bis 13. April nächstes Jahr. Kannst du denn mal sehen? Ja. Turn around, turn around baby. Turn around, turn around. Turn around, turn around. Pass rein, mach alles. Vorsicht. Und wie trainierst du das? Den Rücken? Ja. Ja, natürlich mit Rückenübungen. Und den Po? Mit dem besten Booty. Guck mal. Würde sie ihre Haarfarbe ändern und die Brille vielleicht eine andere? Die wäre sehr, sehr tough. Welche ist die beste Bootyübung? Pip-Trust. Ich brauch noch einen Tipp gegen stinkende Fürze wegen dem Protein. Warum muss der so reinkacken? Einfach ganz wie Deo. Deo aufm Arsch. Was? Hast du die schon einmal gezogen? Gezogen, ja. Sie verliert ihre Baddie-Aura. Was ist das hier? Bist du schon vegan? Nee. Deswegen bin ich nicht vegan. Ja! 212 Wochenprogramm. Tommy Supreme, oder? Ja. 380 Grad Paket. Wow. Wie riecht's nach Käse? Das ist die Lisa. Was? Nudget, Nudget, Nudget. Die hier ist perfekt. Was muss man machen, um so ein Poppes zu bekommen? Sag mal. Ganz viel Trainier, ganz... Oh mein Gott, und da kommt ihr Twin noch! Hahaha! Digga! Es hört nicht auf! Hier, ganz viel Hip-Trust. Warum machst du es nicht? Willst du mal anzeigen? Aber ihr Face. Ey, bei diesen Gym Girls, ich merke, ich will jetzt nicht zu oberflächlich sein, so. Aber das hier, oberflächlich Event. Okay, es geht nur um Körper. Die hier ist sogar nackt. Auf dem Plakat. So. Die haben irgendwie diese... Die, die krassen Bar, die haben, die haben dann nicht diesen krassen Face. Checkt ihr euch mal? Willst du mal zeigen, nochmal? Mit dir wieder. Die Leute kennen meiner. Hier, Kiel, äh, bist du da, oder? Kiel war ganz verliebt, Digga! Wo hast du da hingeguckt, mein Freund? Sag mal mal dahin geh. Hast du etwa hier hingeguckt, Kiel? Digga, was ist denn hier für ein Meetup? 1, 2, 3, 4, 5, Digga, ich weiß nicht mal, wo ich hinkommen soll. Hä? Da dürfte ich dich fragen, was deine Leggings so besonders machen. Sie betonen den Post. Ja. Haben die auch so ein String drinne? Ja, natürlich. Dürfen wir das mal sehen bei dir, weil du... Jetzt. Es ist aber hier. Halleluja. Ich hab gehört, dass einmal Leute gesagt, dass du hier was reingemacht hast. Stimmt das? Da gibt's immer wieder viele Gerüchte. Guck mal hier, der Playerhater im Chat. Wo ist der? Warte. Ich hab's verloren. Ah, ich hab's verloren. Okay, doch. Der Playerhater in meinem Chat. So eine kriegst du nie. Ich will jetzt keinen weird Flex machen, aber... Hallo Kiesa. Mein Chat, diese... Und sie ist ein Kopf kleiner. Und sie hat fresher Haare. Fresches Gesicht. Fresher Style. So braun gebrannt. Tai-Shit so. Tai-Shit. Alles, was ich gemacht habe, habe ich auch öffentlich gemacht. Aber sie können auch gerne mal mit mir ins Gym kommen. Oh, ansackern die Haters. Dürfte ich mal mit ins Gym kommen? Ich kann ja mal zusammen Hip-Trusten. Kann ich das auch mit dir machen? Chat, wollt ihr mit ihr Hip-Trusten? Weißt du, schaffst du 200 Kilo? Zwei... Du Zip, was fantasierst du? Na, so ein Playerhater muss gebrannt werden, das ist great. Kilos, könntest du mir das aber beibringen, weil die richtige Technik habe ich noch nicht. In sehr vielen Sachen in meinem Leben noch nicht gesammelt. Wie viel trainieren denn solche Damen wie ihr, um so toll auszusehen? Wie, wir sehen einfach so aus. Ich hab noch nie Sport gemacht. Das sind die Supplements, die wir nehmen. War bei der Toilette vorbei... Wir haben noch nie Sport gemacht? Warum seid ihr bei der FIBO? Ich glaube, die Supplements hinterlassen aber auch gar nicht. Die sind hier nur, um Typen zu klären. Habt ihr auch nichts hier? Ich weiß nicht. Wir trainieren regelmäßig. Und das ist das A und O. Und Lieblingsübung? Hip-Trust. Ja, das hab ich schon. Wollen wir alle zusammen Rücken flexen, oder? Ich bleib hier auf T-Shirt an. Wer hat diesen Der-Guy-Produce? Keine Ahnung. BAM! Schöner Bizeps, Freunde. Da geht mir schon immer auf. Ich wäre gerne einmal in meinem Leben so breit wie ino so kappe. Hier liegt der Delta-Musik. Hier liegt die Lendenwirbensäule. Beim Tim haben wir... Die Lendenwirbelsäule hier. Und hier haben wir den Nacken. Der Nacken geht von hier bis hier beim Lieblings. Habt ihr die Täter gefunden, die bei dir... Oh mein Gott. Da, Jum. Da, Jum. Da, Jum. Da, Jum. Na. Eine Faust von ihm. Du gehst im Metaverse, Bro. Herrna. Da hilft nicht mal Pfefferspray. Oh Gott. Du puttest die Switch. Bam. Er rennt weiter. Ja. Ich glaube es gab Schlimmere. Wer denn? Hast du noch mal Kontakt zu dem Mann gehabt? Wir haben uns tatsächlich noch mal gesehen auf einer Aftershow-Party. Und da haben wir diesmal die Faust genommen. Geste? Wohin? Ja. Ach so. Ja komm. Ich dachte auch ganz kurz, ich krieg eine zurück. Warst du nicht mit Jimmy zusammen? Ja. Beim Jimmy gibt es einen richtig geilen Song. Kennst du den noch? Werden diese Chars hier? Passed around. Und früher? Welchen? Hey Jimmy, hey what's up? Hast du damals ein bisschen mehr danced? Dann dachtest du dir irgendwann, jetzt ist der Jimmy meiner? Nein. Hast du dir einen wilden Kerl gehangelt? Ja, ganz so wild ist er nicht. Warte mal. Wir sind in der Höhle der T-Virus. Was war das denn für ein Arm? Was? Was macht der hier? Guck sie an. Get up man. Yeah, The Bachelor. The Bachelor. Bachelor Baby. Und ihr seid noch Freunde oder wie? Ja, wir kommen gut miteinander aus. Warum ist er kaputt gegangen? Ja, passt. Was ist passiert? Hast du dich wieder umentschieden im letzten Moment? Nein, Quatsch. Du hast meine Bachelor Staffel geguckt. Natürlich habe ich es gekocht. Nee, ist nicht abgesprochen. Ist tatsächlich so passiert. War das nicht ein bisschen komisch für die Damen dann? Das war für alle komisch. Auch die Produktion. Gut gemacht. Und jetzt? Hast du eine geile Schnecke oder? Nee. Bin Single. Was ist das für ein Creep Aufnahme? Und äh, also Gesichter. Dich kenn ich vom letzten Jahr. Ja stimmt. Vom letzten Jahr. Ja, was hat sich gerne? Also ich bin ein bisschen Liener geworden. Lien? Liener, ja. Wer ist Liener? Also ein bisschen definierter euch. Also ich geh jetzt mehr laufen und mach halt noch Kraftsport. Nennt sich Hybrid. Zehn bisschen. Ja, noch mehr? Bisschen? Ja, 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 da haben wir. Das ist wieder so mega billig. Wir haben gerade schon mit dem Bachelor gesprochen. Ach, über den Bachelor, ja. Was denn da passiert? Was meinst du? Ja, ihr seid ja getrennt. Bapp. Ja. Sag ihn. Ohoho. Hallo. Hallo. Anastasia. Wie oft trainierst du denn in der Woche? Die gehen einfach auf ein Event, wo deren Exen auch oft sind. Drei Mal? Das ist Quatsch. Ne, ich schwör. Drei Mal posten. Ich mach auch ein bisschen mit. Was mach was? Ich glaube, so viel verändert sich da nicht mehr. Weitermachen, immer weiter heben und alles sopfer. Ein Feuer. Oh mein Gott. wow ladies super gemacht weiter weiter toll gemacht weiter was ist das für ein nils zu wicked looking at bro was wird hier genascht werft ladies werft alles weg weg damit hallo die sind ja unendlich viele was macht ihr noch auf tv was jetzt passiert was mit deiner stimme die ist schon kaputt ich bin schon drei tage hier also das ist der dritte tag hat stil technisch besser zu mir gepasst dazu kommt dass wir beide glaube ich dreieinhalb jahre da waren und ich glaube wie das nebenjob es ist irgendwann einfach fibo gleich baddie spawner das ist wie bei minecraft mob spawner aber nur mit mit baddies der nicht so perfekte gesichter aber was neues wie bei den männern ne die gibt es nicht warum nicht wir leben enthaltsam schau mal ne folge fibo mit eye tracker das problem bei eye tracker bei mir ist ich würde mich nicht schämen und mein chat juckt mich auch nicht und ich würde einfach nur die ganze zeit so überall gucken wo ich bock habe was ist das für ein event die leute müssen benehmen lernen die leute brauchen einen charakter wie du bist mir sagen ist so viele besser ich nach fuß und damit meine freunde würde ich sagen das war's mach an das ding mach an ist das public humiliation